oder da hat er eine große Kanone gehabt das meinte er da rechts, also da links da aussebt mach mal hart dutchin ohhh, ich bin zombies ich bin zombie erst mal kotzen ich bin ja human leid, weißt du das? wenn du springst dabei, dann macht er so ne nur Rauchwolke leid, what the fuck oder hab ich eine Flamme? ich hab glaube ich einfach eine Flamme ja das sieht ganz nice aus ja, würd ich auch haben Iceman ja ja, 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 das ist ein secret ja das ist ein secret, das ist ein secret ich warte, wo sind wir? ich bin da thank you thank you was können wir uns dafür? human oh, komm mal her da oben, der Yeti Kühlschrank yay eine Karotte oh, what the fuck ey, was macht er? Schneemann nein und Schneemann und Schneemann aber muss ich da mit links, rechts du musst dich bewegen, ich verstehe nein, kein Schneemann, kein Schneemann, kein Schneemann ah, das hat Double Kill gemacht her ah, das hat Double Kill gemacht her ich bist so Double Kill okay, kill sie okay, kill sie oh shit thank you alter, wo bin ich schon? wo? 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 was war das wer wirst denn hier? עם глав oh, was ist auch solche Oh, ich habe Tänke für alle einracie zehn Millionen sie Parlopot ohja Alter, warte, dich können sich die sie mal verpissen und mit, ich will immer springen auf glue mm in Sonnenblumen nachdem ich da nicht sterben wenn man kann sich schnell wieder auswählen ja mal schnell genug drückt schon die Kontinu doch sie wieder ausstieg ist doch zu ziehen um ein ganz die Dürbungen aber er hat sich mit Schneemann bei er hat da ist es bin zwei Sekunden, kein Schneemann und dann bin ich wieder einer, so Bullshit. Oder wie viele Yetis da oben sind, das gibt ja gar nicht klar. Aber ein Schneemann. Bitte! Und... Leer mein, ich bin da recht. Ja. Hey, ach so, ich hab jetzt ne Arme mit. Na mal dein eigenes Recht. Alter, lass mich kein Schneemann mehr sein. Thank you! Ich kann jetzt auch eine Dolle. 5.000 Punkte. Jawohl. Komm schon. Stimmt, wir können einfach nach oben schießen, ne? Ach man, oh. Ja, und Schneemann. Ja, und du schon wieder. Nice. Oh, 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 das sieht fett aus. Ne, wie kann man... Leute, da drauf. Ja, komm, ich nehm' dich mit. Komm, ja, wir hatten... Oh, ich bin abgesprochen. Ja, abspringen ist aber nicht so gut. Komm drauf. Komm drauf, komm. Komm drauf. Äh, ach so. Ich spring. Okay. Ab dafür. Nein, der hieß die. Oh, du Gott. Du musst dann vielleicht gleich oben die Yetis clean, oder? Komm mal, komm, ob du oben hinjumpen kannst, eventuell. Ja. Ah ja, also nicht. Da bin ich einfach mal hart verreckt. Und ich bin nun zum Leben. Geil. Alter, die ganzen Verkacken. Ah, weitergeflogen. Bestärk du den Elefanten mal. Ja, ich bin... Ich kotze dann mal hier. Ein bisschen... Falsche Richtung. Ops. Ah, ich bin schon tot. Diese Todanimation vom Zombie ist irgendwie... lang. Leute, ich... Ich will... Ja, die kotze von da oben, ey. WTF, das kannst du nicht ausreißen. Boah, hier ist das abartig. Und das ist normal. Das sind die irgendwie alle ein bisschen... Scheiß im Kopf. Hahaha. Double Kotz-Attack. Nimm mal den Dings mit, sonst ist es ja gleich auch so range, wenn wir weiter nach rechts gehen. Haha, aber der Zombie kann nicht so springen. Wir müssen uns erstmal wieder... Nein, nein, nein. Kommen wir da heute noch drauf jetzt? Nee, kommen wir nicht. Wir sind so... Können nicht hoch genug Schwung. Na, scheiß auf den Elefanten. Kennst du mal auf den Elefanten? Ist noch. Alter, ja, komm wieder zu mir. Alter, ich wollte gerade deine Tech machen, da werde ich hier umgelegt. Alter, das ist so hart. Oh ja. Ist ja einfach so viele Zombies. Ich kann nicht nach Continue. Jetzt mal wieder ein Typen hier, richtig. Balls. Ja, du krallst dir direkt den Maschinengarten, ey. Du siehst doch schon, komm, du bist in zwei Sekunden wieder tot. Natürlich. Und tot. Ja, hab ich da aber nicht drauf geachtet, dann. Hätten wir jetzt bestimmt gar nicht gefangen, dann könnten wir hier durchfallen. Wir werden das. Wir werden das. Fuck, wenn die Elefanten doch gebraucht. Oh, es geht ja mal. Ja, und geht so weiter? Ah, anscheinend schon. Nein, wo sind wir denn jetzt? Was 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 sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch zum Beispiel Apokalypse. Oh ja. Alter, ich komme nicht hinterher in den Schritt. Äh, what the fuck. Ich hab nen geilen Schritt, ne? Ah, tot. Na, die Mann vor dem Sprung attackiert. What the fuck. Yes, wenn sie als Zombie. Das Problem ist, der kann sich nicht ducken, der Zombie. What the fuck? Ich wollte gerade meine Kopse rauswerfen und schon. Tod. Das war kein Hit, mein Freund. Das war so, dass, Alter, nur 8 Kredite zu lassen, mehr? So musst du so viel für das auch tun, ne? Dann, geil. Das war auch, ne? Geil, ne? Da, geht's. Ja, doch. Blöds, dramaturgeist. Nen, das sind immer schlechte in den Punkt. Ne, ne, Prozent. Die. Nee, das ist eher etwas, was man muss. Oh, Katzen. Kann ich nicht bewegen. Was ist das Katzen? Also, das ist Katzen. Ja, Katzen. Aber jetzt kommen sechs Stunden als das getrennt. und ich glaube das ist nicht gut heute können und ja ich glaube die Dinger hat die Bolzen nicht gut das sind schlechte Busses nicht in die Bolz stellen oh mein Gott okay aber das ist ein Boss wenn er jetzt nicht mehr schießt er mir immer voll in die Eier jedes Mal ja jetzt machst du mit da wollen die Bolzen aber schwer da wurde ich abgerutscht von der Tastatur ja kontinuierbar bin ich wieder da der Maschinen das ist so gut die Bolz bewegen sich so ein bisschen auch in deine Richtung, das vermisst BAM, Skill, oh shit ja, wen sagst du das? passt du mal auf oh mein Gott ey, könnt ihr jetzt bitte mal sterben gehen hier? was macht der Zug? oh mein das war meine Heavy Machine Garn, du nope nó werden jöiujo ah stimmt jöjjaja marn聽出去 gasp oh oh ich glaube, wenn die sich so schnell drehen dann kommen die so richtig hart überall runter es soll ja auch auch einer sekt wo man sagt man sagt und aber nicht mehr weg da ist es nur er redet der Schiengang aber draus Boah alter so jetzt kommt der Boss das war alles ein Pille-Palle Läuft! Oh! What the fuck? What the... Wir müssen die Kugel da wegballern. Ist das so? Ich glaub das ist nur der Ziellaser für die dicke Dings hier. Boah Alter, das ist ja... Da brauchst du ne Warnung für für Dings hier. Epilepsie bei dem Spiel, ey. Ohne Witz. Ja, oder? Was ist denn das verflackern hier? Da geht ja gar nicht klar. Also das ist halt... Ich mach immer die die Stein hier weg, ne? Muss man die wegmachen? Die geht doch so weg. Ja, die geht ganz langsam weg, wenn man die nicht abschießt. Oh, komm da. Thank you! So, alle Maschinen, das ist auch cool. Oh, ich sag mich schon abgetroffen. Alter. Ja... Muss man den Spaß hier machen? Das ist halt echt so ne... Komm schon, für mich hier. Ah, da war ich zu gut. Ah, ich auch. Ne, ich stand da gerade von... Ja, komm direkt, zwei Steine hintereinander, ey. Oh mein Gott, ja, äh, mit Agro. Hey, wo bin ich denn? Ah, ich bin da rechte hier, die linke. Keine Maschine dann. Schieß es ab! Oh mein Gott. Alter, das war knapp. Alter. Pass auf, da kommt ihr da nach. Die sind immer so ein bisschen weiter rechts, als man eigentlich steht. Ja, ich kümmere mich weiterhin um die Steine und du machst einfach mal den Buster. Alter. Boah, ey, das blinken, ey, ohne Witz. Ja, witz. Es ist, es ist halt original, glaub ich, ne Arcade-Spiel gewesen, ne? Von da, ne? Alter. Da war das. Hip und innen und so. Das ganze wie Blinke. Alter, kann der bitte mal draufgehen jetzt? Ah, blink, 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 blink. Ja, da. Jawohl, er ist da und guck mal, da machen wir noch ein bisschen Tic-Tac-Toe. Ne, Dingsbums, hier. Hast du nicht gesehen? Weißt du nicht. Was für ne Geste? Nur Prisoner. Great! Warum hab ich jetzt einen Prisoner? You're great! Ich hab nur noch 6 Credits. Ich hab noch 9. Also du vermust jedes Mal einen Crescent nicht, wenn du stirbst, sondern wenn du halt quasi wieder neu anfängst. Also deinen Typen wieder auswählst. Ja. Und guck mal, jetzt geht's krass. Jetzt können wir wieder tauchen. Toll. Unter Wasser ist immer geil. Und na, unter dem Wasser war eben schon geil. Oh, da hat 10. Jo. Warte mal, das kann man abschießen. Komm, gib mir auch ne gute Waffe. Ja, das ist keine gute Waffe. Ja, noch einer. Das war ne Menge Punkte. Ich hab mehr Bomben als... Könnt ihr bitte einmal ne Waffe geben? Ich krieg nur Punkte, das ist natürlich gut. Okay, äh, müssen wir hoch? Auf und um. Oh shit. Und... Komisch, äh... Oh, meine Waffe ist despawned. Oh, leu. Wo bin ich? Oh, leu. Wir sind weiter. What the fuck. Ist's automatisch gegangen. Ja, irgendwie schon, aber einmal bin ich da reingetaucht. Warum hast du eigentlich so drei Manneken bei dir über den Credits stehen? Nein, nicht schon wieder. Nein, notte. Oh. Haha. Okay, egal. Ich hab trotzdem so gut. Welcher beliebt denn davon? Ich mach mal gut zu wissen. 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 Oh, du bist der, der gerade seinen U-Bot verloren hat. Ich mach mal zu wissen. Na gut, aber da kann ich mich jetzt wenigstens sehen. Ich weiß jetzt wenigstens welch bin. Das ist schon mal ein Fortschritt. Pomp. Ja, ja. Gibt tausend Punkte. Ah, guck mal, ich kann auch hier Sonderling. Alter. Alter, dieses ist total zum Kotzen, dieser verkackten... Dieses verkackten U-Boote. Boah, ich komm gar nicht durch die Lücke durch hier. Wenn dir die Dinger... Stirb, stirb. Da, äh, wieder so ein Stimmung. Weiß nicht. Wieder ein Credits weg. Ja, wieder ein Credits weg. Aber am Ende spielt so ein Lager. Gas ist bestimmt für mich. Oh. Ist das... Äh, dieser... Unterwasser Mission stinkt noch... Out, äh, aus! Oh, ja, das war knapp. Ja, ich wusste nicht nur eine Taste. Ah, das war ich jetzt? Ja komm. Again. Oh, Shit. Nicht direkt die hau-Machine. Die haben wir verloren. Boah, ey. Boah, ey. Ey, diese U-Boote hier waren überhaupt gar kein Spass her, die... komischen angerosteten boah ey die können irgendwie überall hinschießen, weißt du nicht die muss stinken hart nach Maggi oh mein Gott oh ey da hatten gerade so viele Leben bei Raum oh ja aha hab ich die? ja ja du hast die Moment das sind ja nur so ein, zwei, drei, tausend ja, ach komm ey komm, geh down ich hab da so ne mega Waffe gehabt, weißt du und ich ball einfach permanent drauf und es bewegt sich nichts, oh lol da gehen wir mal der Abfluss an okay, sind wir da draußen oh das sieht nicht gut aus hier, oh das sieht alles nicht gut aus und tot ich dachte das wäre nur Disi-Kameras, weißt du? aber nix war auch ja er fällt natürlich jetzt mal auf die, auch meine Maschinen anrassen nein, finde ich das? R Giulio ich需 das? das ist Jürgen BAM! Ich mach mal hier oben die Kamera so ein bisschen weg Oh my god! Der kommt direkt am Laser lang So und ich müsste da CONTINUEN Ja warum? Kriegst du die eine? Der Kamera ist Alter ist das gay Na mal hin Oh ey Ich glaube da hinten war noch noch Wir können ja nicht zurück Da hinten war noch Ding ist halt theoretisch Hier so Damit ist theoretisch jetzt gelaufen GG